Bevor es losgeht, ein ganz wichtiger Tipp noch. Bedenke bitte immer, wenn dir deine Finanzen wichtig sind und du diese wirklich dauerhaft im Griff haben willst, geht es um mehr als nur zur Unterhaltung, jeden Tag ein paar Videos anzusehen. Du kannst für den Rest deines Lebens Bücher lesen, Webinare besuchen, Videos anschauen und so weiter. Doch wenn du das Gelesene und Gehörte nicht umsetzt, dich damit nicht identifizierst, würde das sehr wenig nützen. In dem Fall erhältst du einfach nur Informationen. Du brauchst aber bestimmt nicht noch mehr Informationen. Du musst in die Umsetzung kommen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Wenn du in der Umsetzung deine Finanzen zu optimieren und Unterstützung haben willst, nimm gern mit mir Kontakt auf. Heute ist hier um Zahlen, Daten, Fakten und wichtige Informationen zum aktuellen Finanzmarkt, die wichtig für dich sind als Geldanleger. Und wenn dir deine Finanzen wichtig sind und du auch dafür die Verantwortung übernehmen willst, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Denn dort bekommst du noch einen ganz besonderen Tipp. Alle, die in die falschen Anlagen investiert sind, werden bestohlen, ohne es zu bemerken. Man könnte es auch so formulieren, der Raubzug auf deine Finanzen hat schon lange begonnen. Wir sitzen auf dem weltweit höchsten Schuldenberg aller Zeiten. Die Schulden wachsen um ein Vielfaches schneller als die Einkommen. Weil es bereits seit 2016 keine oder kaum noch Zinsen auf Sparanlagen gibt und die Zentralbanken immer mehr und immer schneller Geld in den Markt pumpen, müssen auch sie Vermögenswerte kaufen. Dazu gab es auch eine sehr interessante Information diese Woche und das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ein sehr spannender Artikel dieser Woche. Die polnische Notenbank will ihre Goldreserven erheblich aufstocken. In diesem Artikel konnte man lesen, dass der polnische Notenbankchef gleichzeitig sagte, es gibt keine Gefahr einer Inflation oder Deflation. Hoppla! Sicher, nicht nur ich, stelle mir die Frage, wenn ich so einen Artikel lese, warum macht eine Person in so einer bedeutenden Position als Notenbankchef so eine Aussage? Und gleichzeitig gibt er aber bekannt, den aktuellen Goldbestand von derzeit 229 Tonnen Gold erhöhen zu wollen, um 100 Tonnen Gold dazu zu kaufen. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum. Warum? Also wenn angeblich keine Gefahr besteht einer Inflation, warum beschwichtigt er und sagt, es besteht keine Inflationsgefahr? Warum sollte das Sinn machen, wenn doch die Finanz- und Währungswelt seiner Meinung nach in Ordnung ist? Es also keinerlei Anzeichen einer Inflation gibt oder die auch nicht zu sehen sind. Auch bei Dior sollten die Alarmglocken angehen, wenn solche, nennen wir es einmal, beruhigende Aussagen von Menschen in hoher Stellung und oder aus der Politik gemacht werden. Also noch einmal die Frage, warum kauft jemand, in dem Fall natürlich ein Staat, 100 Tonnen Gold bei keinerlei Gefahr und wo doch eigentlich in dieser weltweiten Krisenzeit in jedem Staat wirklich jeder Cent gebraucht wird, um die am Boden liegende Wirtschaft und die Bevölkerung zu unterstützen. Kann es vielleicht sein, dass Polen sich auf etwas vorbereitet? Vielleicht auf eine Inflation? Was denkst du? Schreibe es in den Kommentar. Deine Meinung interessiert mich wirklich sehr. Die zweite äußerst sensible und wichtige Info für deine Finanzen und dein Anlageverhalten kommt von Redagio. Den gesamten Artikel dazu habe ich dir hier unter dem Video einmal verlinkt. Redagio hat sehr spannende Aussagen gemacht. Cash ist als Anlage absoluter Müll. Des Weiteren geht er auf Anleihen und den US-Dollar ein und gibt Empfehlungen, was derzeit enorm wichtig ist für dein Geld. Wie gesagt, seine Aussage, Cash ist eine unsinnige Anlage. Anleihenverkäufe sind totaler Schwachsinn und die Zeiten, als man Anleihen als Absicherung seines Portfolios gehalten hat, sind nun endgültig vorbei. Seiner Ansicht nach haben Anleihen sich von der fast risikolosen Anlage zur extrem risikoreichen Anlage in Verbindung mit dem US-Dollar entwickelt. Und er sagt sogar noch weiter, man soll auf jeden Fall raus aus dem US-Dollar. US-Dollar Vermögenswerte und US-Dollar Anleihen sollte man jetzt auf jeden Fall verkaufen. Solche Aussagen von einem der größten Finanzexperten lässt die Finanzwelt natürlich aufhorchen. Und auch du solltest diese Infos nicht nur anhören, sondern für dich und deine Finanzen umsetzen. Redagio geht sogar noch weiter und sagt, die asiatischen Länder werden die westlichen Länder outperformen. Und auch deshalb wird aus den USA und Europa sehr viel Kapital abfließen, um zum Beispiel auch in Asien zu investieren. Weiterhin sagt Redagio, man sollte unbedingt, hörst du, unbedingt Vermögenswerte besitzen, die selten sind und die sogar noch profitieren werden, wenn die Geldentwertung, also die Inflation, so richtig einmal ins Laufen kommt. Er empfiehlt, Teile deines Geldes in zum Beispiel Gold und Bitcoin zu investieren. Außerdem sagt Redagio, dass sehr wahrscheinlich massive Steuererhöhungen kommen und er warnt auch ganz klar vor Kapitalverkehrskontrollen. Insgesamt geht er von steigender Inflation aus und wir sollen schauen, was die Zentralbanken machen. Dazu passt der Artikel von Polen. Also spätestens jetzt solltest du dir Gedanken machen, wie und wo du dein Geld sichern und sogar noch bei erhöhter Inflation oder gar schlimmeren, beispielsweise ein Währungscrash, den ja auch niemand ausschließen kann, mit deinen Anlagen vielleicht profitieren kannst. Eine Empfehlung dazu von mir ist, deine Geldwerte, falls du es noch nicht gemacht haben solltest, zum überwiegenden Teil in Sachwerte zu tauschen. Bei Fragen dazu, schau dir gern mein Webinar dazu an oder nimm direkt mit mir Kontakt auf. Auf jeden Fall, nimm bitte diese Warnungen von Redagio ernst. Also sehr wahrscheinliche politische Maßnahmen, wie zum Beispiel massivste Steuererhöhungen und Kapitalverkehrskontrollen, keinesfalls in Cash zu investieren, Anleihen sind absoluter Schrott. Und hier möchte ich noch hinzufügen, Bausparverträge, Lebensversicherung, Sparbücher, Tagesgelder, Sparbriefe, die sind für mich aus meiner Sicht ebenfalls Schrott und sehr, sehr riskant für dich. Dann nimm doch mal die Aussage des polnischen Notenbankchefs und bilde dir deine eigene Meinung und triff die richtigen Entscheidungen. Wie gesagt, für intensivere Informationen und vor allem Lösungsmöglichkeiten dazu für dich und dein Geld, hier unter dem Video kannst du dich anmelden, um Lösungen zu erfahren. Und ich möchte noch mal meinen Tipp vom Anfang betonen, bedenke bitte immer, wenn dir deine Finanzen wichtig sind und diese wirklich dauerhaft im Griff haben willst, hört hier nicht nur Videos an, schau sie dir nicht nur an, sondern setz für dich um, triff Entscheidungen und geh in die Praxis, komm ins Tun. In diesem Sinne weiterhin alles Gute in allen Bereichen, vor allem bei und mit deinen Finanzen. Ciao, ciao und bye bye. Bis zum nächsten Video. Carsten Koblitz von Geld, Krisensicher und Gewinn bringt Anliegen.